Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza mit der neuesten Ausgabe, der gezielte Spielaufbau, wie immer auf meinem YouTube-Channel. Ja und heute ist es soweit Leute, heute kommen wir zum Thema Shielding im Spielaufbau. Ich hab's ja schon so oft gelesen, Mirza, wann kommt Shielding, wann kommt Shielding? Jedes Video, wenn ich das hochbringe, Mirza, wann kommt Shielding? Und heute ist es endlich soweit, ja. Ich zeige euch heute, wie ihr das Shielding am besten verwendet, um euch abzuschirmen vom Gegner und gleichzeitig auch das Spiel gezielt aufzubauen. Denn es ist nicht nur ein Hilfsmittel, wo man einfach nur sich abschirmt, damit der Gegner halt nicht zum Ball kommt, sondern wenn man es vernünftig macht, dann kann man sehr gut Doppelpässe initiieren, den eigenen Spieler überlaufen lassen, quasi indem man abwartet und erstmal abschirmt oder halt vor dem Strafraum super Handballspiel macht, unter Anführungszeichen, ja, indem man den Ball immer weiterlaufen lässt, ja, also um den Strafraum herum und dann gezielt zuzustechen. Und ich habe hier drei Szenen, glaube ich, sind es, ich habe drei Szenen vorbereitet, die sind etwas länger, ja, aber da werdet ihr nämlich sehen, wie ich den Spielaufbau mache, indem ich Shielding gezielt nutze. Und erstmal erkläre ich euch, was genau Shielding ist, wie man es am besten hier verwendet, ja, um gezielt nach vorne zu kommen. Und ja, die Ausführung ist eigentlich ganz simpel, man hält einfach nur die L2-Taste oder halt die LT-Taste bei der Xbox. Einfach nur L2 halten, aber natürlich ist es nicht nur L2 und alles passiert wie von selbst, sondern ihr haltet die L2-Taste, wenn der Gegner so in der Nähe ist und versucht euch den Ball wegzunehmen, ja. Dann dreht sich euer Spieler nämlich weg vom Gegner, er dreht ihm den Rücken zu und dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr mit dem linken Stick euch selber ein bisschen bewegt und ausrichtet, ja, weil der Gegner wird ja vielleicht auch antizipieren und sich bewegen und versuchen rund um euch zu kommen, damit er den Ball holt, ja. Und deswegen, der linke Stick ist natürlich auch wichtig, nicht nur L2 halten, sondern euch so bewegen, um den Körper natürlich immer wieder in den Mann zu drehen. Und wenn ihr einen körperlich starken Spieler habt, also ich sage mal 80 plus, dann shieldet ihr einfach super, dann wird der Gegner euren Ball nicht wegnehmen können, wenn ihr es richtig macht. Ja, wenn es 70 plus ist, 70, 75, dann geht es eigentlich auch noch ganz gut. Also Shielding ist ein richtig effektives Mittel in FIFA 17, das gibt es erst in FIFA 17. Damals gab es in FIFA 16 nur quasi Protect the Ball, ja. Das gibt es hier auch noch im Zweikampf, aber Shielding verwendet ihr, indem ihr quasi in der ruhenden Ball, ja, ihr steht und deckt einfach den Gegner ab. Und wir lassen mal hier einfach die erste Szene laufen, ich kann euch jetzt, glaube ich, bildlich dann, wenn es weitergeht, besser erklären. Und zwar, ich habe hier mit Benzema den Ball, so. Und ihr seht hier direkt, wie ich hier das Shielding verwende. Habt ihr das gesehen? Schaut mal, wie ich quasi den Rücken zudrehe und mich weg vom Gegner drücke, weil ich nun mal Shielding verwendet habe und dann drehe ich den linken Stick nach rechts, dort wo ich hinschaue, ja. Ich drehe mit dem linken Stick nach rechts, damit mein Rücken zu ihm ist und ich quasi nach rechts den Ball weg vom Gegner bringe, ja. Und somit habe ich hier einen Schutz, ja. Und ihr seht, dass der Spieler von selbst auch sich so bewegt, hier. Er richtet sich aus, ich habe erstmal hier den Rücken, jetzt habe ich den Stick nach rechts gedreht, ja. Und dränge so quasi den Gegner ab und versuche hier Platz zu schaffen, du kommst hier nicht her, ja. Und das ist der erste Schritt, in dem ich quasi hier mal mich schütze und so baue ich den Spielaufbau über die Flügel auch auf. Achtet mal drauf, was ich jetzt mache. Ich mache hier einen Pass, einen Doppelpass nach hinten zu Marcelo und kann danach Benzema hier schicken, ja. Das ist quasi L1-X-Pass, ja, zum Außenverteidiger und dann wieder zu Benzema. Weil wenn mein Gegner nah an mir dran ist und ich mache dann schnell einen Doppelpass, dann läuft Benzema hier nämlich weg, seht ihr. Und ich habe dann den Platz, um ihn wieder anzuspielen und mehr Raum. So, dann kann ich hier in die Mitte spielen und dann nochmal, jetzt habe ich es verkackt, glaube ich, irgendwann, oder? Nein, jetzt habe ich es noch nicht verkackt, okay, das kommt gleich dann. So, ihr seht hier nochmal, ich passe zu Ronaldo und zack, jetzt hier wieder. Shielding, seht ihr das? Ich drehe mich hier weg vom Gegner, L2 halten und nach rechts mit dem Stick, ja. Dann habt ihr nämlich hier Shielding und der Gegner kommt nicht ran, vor allem mit Ronaldo wird er nie den Ball hier holen. Und das ist eine super Option oder ein super Spot, um auch wieder einen Doppelpass zu initiieren, damit euer Spieler überläuft, ja. Wir haben einmal hier jetzt über die Flügel das gehabt und die zweite gute Position ist hier. Achtet mal darauf, was ich jetzt hier mache. Ich passe und dann, schaut mal, so. Und jetzt bin ich hier vorbei, Ronaldo ist hier, Fellaini ist quasi aufgelöst worden, ja. Zack, er ist hinter mir, weil ich nur Shielding gemacht habe und so den Doppelpass initiiert habe. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr macht hier Shielding, zack, dass er nicht ran kommt. Und dann passt ihr hier zu Modric, das war ein X-Pass und danach habe ich einen L1-X-Pass gemacht, ja. Das ist L1-X. Ich mache aber dann wieder Shielding, seht ihr das? Ich mache wieder Shielding hier und warte, bis der Spieler hier vorbeiläuft, um ihn dann anzuspielen. Zack. So, und das könnt ihr immer wieder verwenden, Leute, ja. Ihr macht einen L1-X-Pass mit dem hinteren Spieler, macht danach sofort Shielding und wartet so lange, bis euer Spieler überläuft. Und dann macht ihr einen X-Pass, ja, oder einen Dreieckpass, wenn es in der Nähe des Strafraums ist. Das ist ein Angriff, also ein Hilfsmittel, das könnt ihr immer wieder machen. Glaubt mir, und das funktioniert. Ihr macht einen Doppelpass, Shielding, wartet, 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 passt ihm mit X, so wie ich das hier gerade gemacht habe. Hier habe ich es auch verkackt, also das habe ich gemeint vorhin. So, das war die erste Szene, ja. Also, Flügelspiel, ihr gesehen, ich gehe es nochmal hier durch, so, hier, Shielding, ja, dann L1-X-Pass nach hinten und weiterleiten, zack. So, dann bin ich hier in die Mitte gegangen. Auf Rodriguez, dann auf Ronaldo, wieder Shielding, ja, weg vom Gegner, dann zurück, Doppelpass mit Modric, Shielding und weiterlaufen lassen. Und jetzt bin ich hier, da habe ich es halt verkackt. So, in der nächsten Szene, das ist ein kompletter Angriff jetzt. Das ist jetzt ein kompletter Angriff, ein kompletter Spielaufbau von mir, ein gezielter Spielaufbau mit Shielding, wie ich es halt bis zum Torabschluss schaffe. Von hier bis zum Torabschluss. Das werdet ihr jetzt nämlich sehen, wie das funktioniert. Ich habe erstmal hier, achtet mal hier drauf, ihr habt ja auch meinen Spielaufbau mit dem präzisen Steilpass gesehen, oder? Achtet mal hier. Doppelpass mit Bale jetzt hier. Seht mal, worauf ich hier achte. Ich schaue mal zuerst, kann ich hier einen R1-Dreieckpass spielen. Schaffe ich aber nicht, weil hier der Gegner super mitläuft. Ja, und hier in der Lücke steht. Mache ich nicht. Dann passe ich hier in die Mitte, baue meinen Dreieck auf. Ja, so. Shielding, weg vom Gegner. Ja, hier. Passt nach oben. Dreieck, seht ihr? Wieder das Shielding mit Bale, passt nach unten. Einmal weiter. Ronaldo, habt ihr gesehen? Die Gegner wollen natürlich gezielt pressen. Und ihr habt mich auch öfters gefragt, mir so, wie kann ich gegen Spieler agieren, die so stark pressen? Ja, wie komme ich da nach vorne, weil ich verliere sehr oft den Ball. Dann habt ihr nämlich auch jetzt eine Methode mit Shielding. Mit gezieltem Shielding, indem ihr euch vom Gegner wegdreht. Ja, das ist auch natürlich Übungssache. Habt ihr die Kontrolle? Habt ihr die Kontrolle? Der kann den Ball nicht holen. Schaut mal, ich mache hier Shielding, passe nach vorne. Fellaini ist wieder überspielt. Das nächste Shielding mit Hames. Ja, das ist ja auch kein kleiner Spieler. Das ist Smalling, der hier auf mich drauf geht. Seht ihr das? Aber er kommt nicht an den Ball, weil ich mit Shielding mich wegdrücke und er schafft es nicht, vorbeizukommen. Danach spiele ich hier nach unten den Pass. Einmal nach vorne. Ja, ihr seht das. Und wieder. Habt ihr gesehen? Das war der nächste Hammer-Spieler, der auf mich drauf geht. Ja, in dem Fall hier. Bei East. Nein, Pogba ist das. Pogba ist das. Und ich kann mit Modric den Körper reinstellen. Schaut mal. Ich stelle mit Modric den Körper rein, damit er mir den Ball nicht holt. Einfach nur L2 und wegdrücken. Ja, und dann den Pass nach oben. Pass zu Gareth Bale. Einmal hier wieder Körper rein. Seht ihr? In die Mitte. Das gleiche Spiel wieder. Die ganze Zeit. Ja, dann Ronaldo. So, hier. Hier hätte es eigentlich ein Scoop-Turn sein sollen. Ja. Das hier hätte ein Scoop-Turn sein sollen. So, zack. Scoop-Turn hierher und bam ins lange Eck. Ja, das ist ein gezielter Angriff. Nur leider macht er hier so eine ganz komische Schusstäuschung. Und ich wollte das noch retten mit noch einer Schusstäuschung und habe es verschissen. Grob gesagt. Aber, ihr habt nämlich jetzt hier gerade wieder gesehen. Von Anfang bis Ende langsam das Spiel aufbauen. Immer wieder Shielding, wenn euer Gegner versucht, euch zu pressen oder drauf zu gehen. Shielding. Dann wieder prallen lassen den Ball oder weiterleiten. Und so könnt ihr von Anfang bis Ende das Spiel super aufbauen. Ich lasse hier nochmal laufen. Schaut mal. Seht ihr? Shielding. Passt nach vorne. Wieder Shielding. Sobald mein Spieler das hier macht, ist das Shielding. Hier. Einmal nach vorne Modric. Zack. Ja, Pass nach oben. Einmal weiter. Achtet jetzt mal auf Bale. Ja, achtet auf Bale jetzt hier. Hier. Er dreht automatisch den Rücken zu. Er kommt nicht ran an den Ball, weil ich den Ball abschirme mit dem Spieler. Und jetzt Ronaldo. Und fasst Tor, aber leider nicht. So, in der nächsten Szene aber. Ähnliche Situation. Eckball. Ja, Eckball. Wie kann ich hier das Shielding gezielt verwenden? Und in dieser Situation zeige ich euch, wie ihr um den Strafraum herum kreist mit dem Shielding. Ja. Ich glaube, ich sage schon tausendmal Shielding. Aber ist ja egal. Ihr könnt ja unten in den Kommentaren wieder letztes Mal. Ja. Jedes Mal, wenn mir das Shielding sagt, dann trinken wir einen. Nein. Mann, Mann. Okay. Hier. Kurze Variante mit Hames. L2, R2, Dribbling. Ja. So. Ich versuche hier zu passen. Kann meine Spieler nicht anspielen. Und hier. Boom. Seht ihr? Weg. Du kommst hier nicht ran. Ja. Shielding und nach links drücken mit dem linken Analogstick. Der kommt nicht her. Ja. So. Was ihr hier dann machen könnt. Ihr müsst dann gefühlsmäßig agieren. Wenn ihr den Ball abschirmt. Und ihr merkt dann aber, so, jetzt habe ich hier den Platz, um zu laufen. Dann schirmt ihr den Ball so lange ab, bis ihr diesen Raum hier habt. Und dann lauft ihr. Zack. Seht ihr? Dann lasst ihr Shielding los. L2. Und bewegt euch nach rechts. Weil der Gegner wird auch irgendwann versuchen zu kreisen. Er wird nicht nur hinter euch bleiben. Er wird versuchen, sich zu bewegen. Und wenn er sich bewegt, dann habt ihr die Lücke nämlich. Da müsst ihr darauf achten. Das ist ein bisschen Übungssache, Leute. Wenn ihr sich bewegt, zum Beispiel, er steht hinter euch. Er bewegt sich nach links. Dann habt ihr logischerweise rechts den Raum, um euch wegzubewegen. Ja. Und das habe ich hier in dem Fall gemacht. Also ich passe hier dann nach oben. Auf Modric. Was wieder zu Karmes. Hier habe ich ein bisschen Ballglück. So. Das meine ich mit Kreisen jetzt. Jetzt bin ich außen. Ja. So. Ich halte hier den Ball, indem ich den Spieler wieder abdecke. Ja. Mit Shielding. Er kommt nicht ran. So. Ich richte mich aus. Passe zu Ronaldo. Das gleiche Spiel mit Ronaldo. Schützen. Ja. Um den Strafraum herum. Den Ball ja nicht abgeben. Nichts überhastet spielen. Zurück. Zurück wieder auf Bale. Wieder. Erstmal schützen. Und dann zu Modric. So. Das gleiche Spiel hier wieder runter auf Marcelo. Wieder schützen. Habt ihr gesehen? Er bewegt sich da. Bestes Beispiel. Hier. Bei Marcelo. Ich schütze mich. Er bewegt sich jetzt hier lang. Weil er sich hier lang bewegt, habe ich hier den Raum. Seht ihr das? Er versucht zu antizipieren. Und so könnt ihr dann quasi den Raum ausnutzen. Zack. Bewegt ihr euch hier lang. Und dann wieder da lang. Wie ich ihn ausgetrickst habe. Angedeutet, dass ich nach links gehe, weil da der Raum war. Und dann nach rechts. Jetzt habe ich den Platz. Zurück auf Bale. Dann wieder auf Modric. Wieder das gleiche Spiel. Hier. Dann auf Ronaldo. Achtet mal jetzt, was hier passiert. Ich passe in eine sehr gefährliche Zone hier in die Mitte. Schilde. Bis Bale. Bis Benzema überläuft. Schnappt mir den Ball. Und bam. Hau ihn hier zum 1-0. So einfach kann es gehen. Das war alles nur mit Shielding und geduldigem Spiel. Was hier das Ziel ist. Was das Ziel ist bei solchen Angriffen. Bei diesen Kreisen um den Strafraum herum. Das Ziel ist hier irgendwann gefährlich in den Strafraum spielen zu können. Solange zu Kreisen zu passen. Mit sicheren Pässen und L2 Shielding. Damit der Gegner nicht rankommt an den Ball. Bis ihr hier in die gefährliche Zone passen könnt. Denn dann könnt ihr entweder in eine 1 gegen 1 Situation gehen. Ins Dribbling. Oder ihr schildert nochmal und passt nochmal eins weiter. So wie ich gerade. Ich habe es hier geschafft. Seht ihr? Ronaldo anzuspielen. So. Das ist einfach übelste Gefahr. Schaut euch das an. Ich habe hier vier Spieler. Zwei hier und zwei Gegner. Das ist einfach mega gefährlich. Ich kann hier in eine 1 gegen 1 Situation gehen. Oder ich schütze mich halt hier nochmal. Passe zu Benzema. Und dann schieße ich das Tor. Und so habe ich so viele Tore geschossen, Leute. In der Weekend League. Das ist auch die letzte Szene. So habe ich so viele Tore geschossen, indem ich einfach nur sicher aufbaue. Und zum sicheren Aufbauspiel gehört unbedingt L2 Shielding. Und zwar sehr effektives und gutes Shielding. Nicht einfach nur ganz kurz L2 und dann weiter geht es. Der nimmt euch den Ball weg. Ruhig warten. Abwarten. Schauen, wen kann ich anspielen. Wie versuche ich einen Doppelpass vielleicht zu initiieren. Über die Flügel. Oder in der Mitte. Oder hier kreisen lassen um den Strafraum herum. Um dann gezielt den Spieler in der Mitte anzuspielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gehört zu allem ein Plan dazu. Und zu einem sicheren Spielaufbau gehört unbedingt Shielding. Das heißt, das müsst ihr perfektionieren. Damit ihr sicher vor das gegnerische Tor kommt. Und dann könnt ihr eure Skillmoves verwenden. Oder über die Flügel gehen und dann druckvollen Pass in die Mitte spielen. Oder andere Sachen. Es gibt ja verschiedenste Methoden. Und wenn ihr das schafft, dann werdet ihr merken, dann erhöht sich eure Sicherheit im Aufbauspiel einfach enorm. Das kann ich euch wirklich garantieren. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ich habe versucht, es ein bisschen kürzer zu halten. Ich weiß, ihr sagt ja, nicht zu lange quatschen um den ersten Bereich herumreden. Ich habe wahrscheinlich wieder zu viel gequatscht. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem hier gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch bitte mit einem Daumen hoch, Leute. 1000 Likes wäre wieder der Hammer. Ja, danke für den Support. Abonniert meinen Channel, wenn ihr Bock auf mehr FIFA 17 Videos habt. Oder solche Tutorials. Und schreibt doch bitte ins Kommentarfeld, ob es euch geholfen hat. Und was ihr so als nächstes sehen wollt, wäre auf jeden Fall richtig nice. Ein Hinweis nochmal kurz auch in diesem Video zu dem Gewinnspiel, was es noch gibt bei der Telekom. Ja, ist kostenlos. Da könnt ihr nämlich zwei Dauerkarten für die FC Bayern München rückgründer gewinnen in der Allianz Arena. Der Link ist in der Beschreibung. Und da habt ihr nämlich die Möglichkeit, kostenlos mich zu supporten. Denn jede Teilnahme, für jede Teilnahme bekomme ich ein bisschen was dafür. Ich erwähne das immer am Schluss so, weil ich halt auch öfters auch gefragt wurde. Und vor allem im Stream. Und deswegen dachte ich mir, ich erwähne das in YouTube auch ein bisschen. Also, wer keinen Bock auf sowas hat, das müsst ihr natürlich nicht machen. Ja, ihr habt den Link in der Beschreibung. Ich bin sehr froh über jede Teilnahme. Ist richtig nice von euch. Ja, vielen, vielen Dank für den Support. Ja, das war es für heute. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann. Ich spiele mit Ronaldo. Schützen. Um den Strafraum herum den Ball ja nicht abgeben. Nicht überhastet spielen. Zurück. Zurück wieder auf Bale. Wieder. Erstmal schützen. Und dann zu Modric. So, das gleiche Spiel hier wieder runter auf Marcelo. Wieder schützen. Habt ihr gesehen? Er bewegt sich da. Bestes Beispiel. Hier bei Marcelo. Ich schütze mich. Er bewegt sich jetzt hier lang. Weil er sich hier lang bewegt, habe ich hier den Raum. Seht ihr das? Er versucht zu antizipieren. Und so könnt ihr dann quasi den Raum ausnutzen. Zack, bewegt ihr euch hier lang. Und dann wieder da lang. Wie ich ihn ausgetrickst habe. Ja, angedeutet, dass ich nach links gehe, weil da der Raum war. Und dann nach rechts. Jetzt habe ich den Platz. Zurück auf Bale. Dann wieder auf Modric. Wieder das gleiche Spiel. Hier dann auf Ronaldo. Achtet mal jetzt, was hier passiert. Ich passe in eine sehr gefährliche Zone hier in die Mitte. Schilde, bis Bale, äh, wenn sie mal überläuft, schnappe mir den Ball und bam. Hau ihn hier zum 1-0. So einfach kann es gehen. Das war alles nur mit Shielding und geduldigem Spiel. So, was hier das Ziel ist, ja. Was das Ziel ist bei solchen Angriffen, bei diesen Kreisen um den Strafraum herum. Das Ziel ist hier irgendwann gefährlich in den Strafraum spielen zu können, ja. So lange zu Kreisen zu passen. Mit sicheren Pässen und L2 Shielding, ja. Damit der Gegner nicht rankommt an den Ball. Bis ihr hier in die gefährliche Zone passen könnt. Denn dann könnt ihr entweder in eine 1-gegen-1-Situation gehen, ja, ins Dribbling. Oder ihr schildert nochmal und passt nochmal eins weiter, so wie ich gerade. Ich habe es hier geschafft, seht ihr, Ronaldo anzuspielen. So, das ist einfach übelste Gefahr. Schaut euch das an. Ich habe hier vier Spieler, zwei hier und zwei Gegner. Das ist einfach mega gefährlich. Ich kann hier in eine 1-gegen-1-Situation gehen. Oder ich schütze mich halt hier nochmal, passe zu Benzema und dann schieße ich das Tor. Und so habe ich so viele Tore geschossen, Leute. In der Weekend League, das ist auch die letzte Szene. So habe ich so viele Tore geschossen, indem ich einfach nur sicher aufbaue. Und zum sicheren Aufbauspiel gehört unbedingt L2 Shielding. Und zwar sehr effektives und gutes Shielding, ja. Nicht einfach nur ganz kurz L2 und dann weiter geht's. Der nimmt euch den Ball weg. Ruhig warten, ja. Abwarten, schauen, wen kann ich anspielen, ja. Wie versuche ich einen Doppelpass vielleicht zu initiieren. Über die Flügel oder in der Mitte, ja. Oder hier kreisen lassen um den Strafraum herum, um dann gezielt den Spieler in der Mitte anzuspielen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gehört zu allem ein Plan dazu. Und zu einem sicheren Spielaufbau gehört unbedingt Shielding. Das heißt, das müsst ihr perfektionieren, damit ihr sicher vor das gegnerische Tor kommt. Und dann könnt ihr eure Skillmoves verwenden, ja. Oder über die Flügel gehen und dann druckvollen Pass in die Mitte spielen. Oder andere Sachen. Es gibt ja verschiedene. Einmal hier wieder Körper rein, seht ihr. In die Mitte, das gleiche Spiel wieder. Oder die ganze Zeit, ja. Dann Ronaldo, so hier. Hier hätte es eigentlich ein Scoop-Turn sein sollen, ja. Das hier hätte ein Scoop-Turn sein sollen. So, zack. Scoop-Turn hierher und bam ins lange Eck. Ja, das ist ein gezielter Angriff. Nur leider macht er hier so eine ganz komische Schusstäuschung. Und ich wollte das noch retten mit noch einer Schusstäuschung und hab's verschissen. Grob gesagt. Aber, ihr habt nämlich jetzt hier gerade wieder gesehen. Von Anfang bis Ende langsam das Spiel aufbauen. Immer wieder Shielding, wenn euer Gegner versucht euch zu pressen oder drauf zu gehen. Shielding, ja. Dann wieder prallen lassen den Ball oder weiterleiten. Und so könnt ihr von Anfang bis Ende das Spiel super aufbauen, ja. Ich lasse hier nochmal laufen. Schaut mal. Seht ihr? Shielding. Pass nach vorne. Wieder Shielding. Ihr seht, sobald mein Spieler das hier macht, ist das Shielding, ja. Hier. Einmal nach vorne Modric. Zack. Ja. Pass nach oben. Einmal weiter. Achtet jetzt mal auf Bale. Ja. Achtet auf Bale jetzt hier. Hier. Er dreht automatisch den Rücken zu. Er kommt nicht ran an den Ball, weil ich den Ball abschirme mit dem Spieler. Und jetzt Ronaldo und fast Tor, aber leider nicht. So. In der nächsten Szene aber ähnliche Situation. Eckball. Ja. Eckball. Wie kann ich hier das Shielding gezielt verwenden? Und in dieser Situation zeige ich euch, wie ihr um den Strafraum herum kreist mit dem Shielding. Ja. Ich glaube, ich sage schon tausendmal Shielding, aber ist ja egal. Ihr könnt ja unten in die Kommentare wieder letztes Mal. Ja. Jedes Mal, wenn mir das Shielding sagt, dann trinken wir einen. Nein. Mann, Mann. Okay, hier, kurze Variante mit Hames. L2, R2, Dribbling. Ja. So. Ich versuche hier zu passen. Kann meine Spieler nicht anspielen. Und hier. Boom. Seht ihr? Weg. Du kommst hier nicht ran. Ja. Shielding und nach links drücken mit dem linken Analogstick. Der kommt nicht her. So. Was ihr hier dann machen könnt, ihr müsst dann gefühlsmäßig agieren. Wenn ihr den Ball abschirmt und ihr merkt dann aber, so, jetzt habe ich hier den Platz, um zu laufen. Dann schirmt ihr den Ball so lange ab, bis ihr diesen Raum hier habt. Und dann lauft ihr. Zack. Seht ihr? Dann lasst ihr Shielding los, L2, und bewegt euch nach rechts. Weil der Gegner wird auch irgendwann versuchen zu kreisen. Er wird nicht nur hinter euch bleiben. Er wird versuchen, sich zu bewegen. Und wenn er sich bewegt, dann habt ihr die Lücke nämlich. Da müsst ihr darauf achten. Das ist ein bisschen Übungssache, Leute. Wenn ihr sich bewegt, zum Beispiel, er steht hinter euch, er bewegt sich nach links, dann habt ihr logischerweise rechts den Raum, um euch wegzubewegen. Ja. Und das habe ich hier in dem Fall gemacht. Also ich passe hier dann nach oben, auf Modric, was wieder zu Kames. Hier habe ich ein bisschen Ballglück. So. Das meine ich mit Kreisen jetzt. Jetzt bin ich außen. Ja. So. Ich halte hier den Ball, indem ich den Spieler wieder abdecke. Ja. Mit Shielding. Er kommt nicht ran. So. Ich richte mich aus, passe zu Ronaldo. Das gleiche Spieler überläuft. Und dann macht ihr einen X-Pass. Ja. Oder einen Dreieckpass, wenn es in der Nähe des Strafraums ist. Das ist ein Angriff, also ein Hilfsmittel. Das könnt ihr immer wieder machen. Glaubt mir, und das funktioniert. Ihr macht einen Doppelpass, Shielding, wartet, 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 passt ihm mit X. So wie ich das hier gerade gemacht habe. Hier habe ich es auch verkackt. Also das habe ich gemeint vorhin. So. Das war die erste Szene. Hier durch. Hier. Shielding. Ja. Dann. L1-X-Pass nach hinten. Und weiterleiten. Zack. So. Dann bin ich hier in die Mitte gegangen. Auf Rodriguez. Dann auf Ronaldo. Wieder. Shielding. Ja. Weg vom Gegner. Dann. Zurück. Doppelpass mit Modric. Shielding. Und weiterlaufen lassen. Und jetzt bin ich hier. Und da habe ich es halt verkackt. So. In der nächsten Szene. Das ist ein kompletter Angriff jetzt. Das ist jetzt ein kompletter Angriff. Ein kompletter Spielaufbau von mir. Ein gezielter Spielaufbau mit Shielding. Wie ich es halt bis zum Tor abschleute. Von hier. Bis zum Tor abschleute. Das werdet ihr jetzt nämlich sehen. Wie das funktioniert. Ich habe erstmal hier. Achtet mal hier drauf. Ihr habt ja auch mein Spielaufbau mit dem präzisen Steifpass gesehen. Achtet mal hier. Doppelpass mit Bailin. Jetzt hier. Seht mal worauf ich hier achte. Ich schaue mal zuerst. Kann ich hier einen R1-Dreieckpass spielen. Schaffe ich aber nicht. Weil hier der Gegner super mitläuft. Ja. Und hier in der Lücke steht. Mach ich nicht. Dann passe ich hier in die Mitte. Bauen wir einen Dreieck auf. Ja. So. Shielding. Weg vom Gegner. Ja. Hier. Passt nach oben. Dreieck. Seht ihr? Wieder das Shielding mit Bail. Passt nach unten. Einmal weiter. Ronaldo. Habt ihr gesehen? Die Gegner wollen natürlich gezielt pressen. Und ihr habt mich ja auch öfters gefragt. Mirza. Wie kann ich gegen Spieler agieren, die so stark pressen? Ja. Wie komme ich da nach vorne? Weil ich verliere sehr oft den Ball. Dann habt ihr nämlich auch jetzt eine Methode mit Shielding. Mit gezieltem Shielding, indem ihr euch vom Gegner wegdreht. Ja. Das ist auch natürlich Übungssache. Habt ihr die Kontrolle. Habt ihr die Kontrolle. Der kann den Ball nicht holen. Schaut mal. Ich mache hier Shielding. Passe nach vorne. Fellaini ist wieder überspielt. Das nächste Shielding mit Harmes. Ja. Das ist ja auch kein kleiner Spieler. Das ist Smalling. Der hier auf mich drauf geht. Seht ihr das? Aber er kommt nicht an den Ball. Weil ich mit Shielding mich wegdrücke und er schafft es nicht vorbeizukommen. Danach spiele ich hier nach unten den Pass. Einmal nach vorne. Ja. Ihr seht das. Und wieder. Habt ihr gesehen? Das war der nächste Hammer-Spieler, der auf mich drauf geht. Ja. In dem Fall hier. Bailly ist das. Nein. Pogba ist das. Pogba ist das. Und ich kann mit Modric den Körper reinstellen. Schaut mal. Ich stelle mit Modric den Körper rein, damit er mir den Ball nicht holt. Einfach nur L2 und wegdrücken. Ja. Und dann den Pass nach oben. Pass zu Gareth Bale. Verdeckt einfach den Gegner ab. Und wir lassen mal hier einfach die erste Szene laufen. Ich kann euch jetzt, glaube ich, bildlich dann, wenn es weitergeht, besser erklären. Und zwar. Ich habe hier mit Benzema den Ball. So. Und ihr seht hier direkt, wie ich hier das Shielding verwende. Habt ihr das gesehen? Schaut mal, wie ich quasi den Rücken zudrehe und mich weg vom Gegner drücke. Weil ich nun mal Shielding verwendet habe. Und dann drehe ich den linken Stick nach rechts. Dort, wo ich hinschaue. Ja. Ich drehe den linken Stick nach rechts, damit mein Rücken zu ihm ist. Und ich quasi nach rechts den Ball weg vom Gegner bringe. Ja. Und somit habe ich hier einen Schutz. Ja. Und ihr seht, dass der Spieler von selbst auch sich so bewegt. Hier. Er richtet sich aus. Ich habe erst mal hier den Rücken. Jetzt habe ich den Stick nach rechts gedreht. Ja. Und dränge so quasi den Gegner ab. Und versuche hier Platz zu schaffen. Du kommst hier nicht her. Ja. Und das ist der erste Schritt, in dem ich quasi hier mal mich schütze. Und so baue ich den Spielaufbau über die Flügel auch auf. Achtet mal drauf, was ich jetzt mache. Ich mache hier einen Pass, einen Doppelpass nach hinten zu Marcelo und kann danach Benzema hier schicken. Ja. Das ist quasi L1-X-Pass. Ja. Zum Außenverteidiger und dann wieder zu Benzema. Weil wenn mein Gegner nah an mir dran ist und ich mache dann schnell einen Doppelpass, dann läuft Benzema hier nämlich weg. Seht ihr? Und ich habe dann den Platz, um ihn wieder anzuspielen und mehr Raum. So. Dann kann ich hier in die Mitte spielen. Und dann nochmal. Jetzt habe ich es verkackt, glaube ich, irgendwann. Oder? Nein. Jetzt habe ich es noch nicht verkackt. Okay. Das kommt gleich dann. So. Ihr seht hier nochmal. Ich passe zu Ronaldo und zack. Jetzt hier wieder. Shielding. Seht ihr das? Ich drehe mich hier weg vom Gegner. L2 halten. Und nach rechts mit dem Stick. Ja. Dann habt ihr nämlich hier Shielding und der Gegner kommt nicht dran. Vor allem mit Ronaldo wird er nie den Ball hier holen. Und das ist eine super Option oder ein super Spot, um auch wieder einen Doppelpass zu initiieren, damit euer Spieler überläuft. Ja. Wir haben einmal hier jetzt über die Flügel das gehabt. Und die zweite gute Position ist hier. Achtet mal drauf, was ich jetzt hier mache. Ich passe. Und dann, schaut mal. So. Und jetzt bin ich hier vorbei. Ronaldo ist hier. Fellaini ist quasi aufgelöst worden. Ja. Zack. Er ist hinter mir, weil ich nur Shielding gemacht habe und so den Doppelpass initiiert habe. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr macht hier Shielding. Zack. Dass er nicht dran kommt. Und dann passt ihr hier zu Modric. Das war ein X-Pass. Und danach habe ich einen L1-X-Pass gemacht. Ja. Das ist L1-X. Ich mache aber dann wieder Shielding. Seht ihr das? Ich mache wieder Shielding hier und warte, bis der Spieler hier vorbeiläuft, um ihn dann anzuspielen. Zack. So. Und das könnt ihr immer wieder verwenden, Leute. Ja. Ihr macht einen L1-X-Pass mit dem hinteren Spieler. Macht danach sofort Shielding und wartet so lange, bis euer Spieler... Hey, Leute. Wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza mit der neuesten Ausgabe. Der gezielte Spielaufbau. Wie immer auf meinem YouTube-Channel. Ja. Und heute ist es soweit, Leute. Heute kommen wir zum Thema Shielding im Spielaufbau. Ich habe es ja schon so oft gelesen. Mirza, wann kommt Shielding? Wann kommt Shielding? Jedes Video, wenn ich das hochbringe, Mirza, wann kommt Shielding? Und heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch heute, wie ihr das Shielding am besten verwendet, um euch abzuschirmen vom Gegner und gleichzeitig auch das Spiel gezielt aufzubauen. Denn es ist nicht nur ein Hilfsmittel, wo man einfach nur sich abschirmt, damit der Gegner halt nicht zum Ball kommt. Sondern wenn man es vernünftig macht, dann kann man sehr gut Doppelpässe initiieren, den eigenen Spieler überlaufen lassen, quasi indem man abwartet und erstmal abschirmt oder halt vor dem Strafraum super Handballspiel macht, unter Anführungszeichen. Indem man den Ball immer weiterlaufen lässt, also um den Strafraum herum, um dann gezielt zuzustechen. Und ich habe hier drei Szenen, glaube ich, ich habe drei Szenen vorbereitet, die sind etwas länger, aber da werdet ihr nämlich sehen, wie ich den Spielaufbau mache, indem ich Shielding gezielt nutze. Und erstmal erkläre ich euch, was genau Shielding ist, wie man es am besten hier verwendet, um gezielt nach vorne zu kommen. Und ja, die Ausführung ist eigentlich ganz simpel. Man hält einfach nur die L2-Taste oder halt die LT-Taste bei der Xbox. Einfach nur L2 halten, aber natürlich ist es nicht nur L2 und alles passiert wie von selbst, sondern ihr haltet die L2-Taste, wenn der Gegner in der Nähe ist und versucht euch den Ball wegzunehmen. Dann dreht sich euer Spieler nämlich weg vom Gegner, er dreht ihm den Rücken zu und dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr mit dem linken Stick euch selber ein bisschen bewegt und ausrichtet. Weil der Gegner wird ja vielleicht auch antizipieren und sich bewegen und versuchen, rund um euch zu kommen, damit er den Ball holt. Und deswegen, der linke Stick ist natürlich auch wichtig, nicht nur L2 halten, sondern euch so bewegen, um den Körper natürlich immer wieder in den Mann zu drehen. Und wenn ihr einen körperlich starken Spieler habt, also ich sage mal 80 plus, dann shieldet ihr einfach super, dann wird der Gegner euren Ball nicht wegnehmen können, wenn ihr es richtig macht. Ja, wenn es 70 plus ist, 70, 75, dann geht es eigentlich auch noch ganz gut. Also Shielding ist ein richtig effektives Mittel in FIFA 17, das gibt es erst in FIFA 17. Damals gab es in FIFA 16 nur quasi Protect the Ball, ja. Das gibt es hier auch noch im Zweikampf, aber Shielding verwendet ihr, indem ihr quasi in der ruhenden Ball, ja, ihr steht und... Das gibt es hier auch noch im Zweikampf.